Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Käseschinken-Muffins. Wer es herzhaft mag, der ist bei dem Rezept der Käseschinken-Muffins auf jeden Fall richtig. Einfach herzustellen, lecker, wenn sie ganz frisch sind, ideal für die Party. Aber auch für die Familie, mal so zum Abendessen, sind sie ein Spitzengericht. Für Teig für 12 Muffins werden folgende Zutaten benötigt. 300 Gramm Mehl, 3,5 Teelöffel Backpulver, 90 Gramm Butter, 150 Gramm Gouda, 150 Gramm Kochschinken, MSP-geriebene Muskatnuss, 2 Eier, 300 Milliliter Milch, etwas Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Kleiner Topf, 2 Schüsseln, Messer, Küchenreibe, Muffinblech. Zubereitung Während die Butter in einem kleinen Topf zum Schmelzen gebracht wird, den Schinken in kleine Würfel schneiden und den Käse reiben. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Schinken, Käse und Muskat mischen. In einer weiteren Schüssel die Eier, Milch und die zerlassene Butter gut verrühren. Diese Mischung dann unter die Mehlmischung rühren. Jetzt noch etwas Salz hinzugeben und solange umrühren, bis alle Zutaten gleichmäßig verteilt sind und ein Teig entstanden ist. Die Muffinform sollte entweder mit Öl oder Butter gut gefettet werden. Nun den Teig gleichmäßig in den Vertiefungen der Form verteilen. Die Muffins im Backofen bei 180 Grad Celsius ca. 25 Minuten goldbraun backen. Vorheizen ist nicht notwendig. Galerie Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!